Liebe Studierende, willkommen zur fünften Videoübung des Semesters zum Thema Schaltung mit Induktivitäten. In der Vorlesung haben wir die Kirchhoffschen Regeln für Schaltungen mit jeweils Widerständen oder Kondensatoren diskutiert und angewendet. Wir möchten hier eine Parallelschaltung von Spulen berücksichtigen und schlussendlich die totale Induktivität des Ersatzbildes mit einer einzelnen Spule via kirchhoffsche Regeln berechnen. Aus der Vorlesung wissen wir, dass definitionsgemäß die Spannung bei einer Spule ist gleich minus eine Größe L mal die zeitliche Ableitung des Stroms. Oder anders geschrieben, die zeitliche Ableitung des Stroms ist gleich minus Verhältnis zwischen Spannung U und eben diese Größe L. Wobei L die Induktivität der Spule ist und I ist der Strom, der durch die Spule fließt. Wir betrachten U als Spannungsabfall bei der Spule. Es handelt sich hier um die sogenannte selbstinduzierte Spannung. Die physikalische Bedeutung ist, dass eine Feldspule gleichzeitig eine Induktionsspule ist. Beim Aufbau des magnetischen Feldes in der Spule gibt es eine selbstinduzierte Spannung, nach dem Induktionsgesetz tatsächlich. Nach der Lenz'sche Regel, diese Spannung, diese sogenannte selbstinduzierte Spannung, ist gegen die Batteriespannung. Das heißt, hat eine Polarität, die gegen die Polarität der Batterie ist und verzögert somit das Eindringen des Stroms in der Spule selber. Wir verzichten von jetzt an auf das Minusvorzeichen, da uns die Beträge interessieren. Wir definieren erstens mit U1 und U2 die Spannungsabfälle bei Spule L1 und Spule L2. Dann können wir folgendes schreiben. Wie gesagt, wir verzichten auf das Minusvorzeichen. Wobei eben mit I1 und I2 bezeichnen wir die Stromkomponente, die durch L1 respektive L2 fließen sollen. Bei einer Parallelschaltung von Schaltelementen allgemein und in diesem Fall bei einer Parallelschaltung von zwei Spulen zu einer Batteriespannung U0 muss gelten, dass U1 ist gleich U2 und beide sind dann identisch mit U0. Die Spannungsabfälle bei der Parallelschaltung müssen identisch sein und zwar identisch mit der Batteriespannung. Gleichzeitig gilt nach der Knotenregel, dass I als totaler Strom ist gleich der Summe der Stromkomponente I1 plus I2. Das heißt, der totale Strom I erzeugt bei der Batterie mit Spannung U0 wird sich am Knotenpunkt in zwei Komponenten und I1 durch L1 und I2 durch L2 teilen. Wenn wir jetzt diese letzte Gleichung nach der Zeit ableiten, können wir dann schreiben. Die zeitliche Ableitung des totalen Stroms I ist dann gleich die zeitliche Ableitung des Strom 1 plus die zeitliche Ableitung des Strom 2. Aber mit Hilfe unserer vorherigen Überlegungen und besonders durch Benützung dieser Schreibweise können wir auch schreiben, das ist gleich U1 geteilt durch L1 plus U2 geteilt durch L2. Und wegen der Tatsache, dass bei einer Parallelschaltung die Spannungsabfälle identisch sein müssen mit der Batteriespannung, das ist auch gleich U0 mal 1 über L1 plus 1 über L2. Und daraus lesen wir schließlich, dass U0 ist dann gleich L total mal die zeitliche Ableitung des Stroms I. Wobei, 1 über L total ist gleich 1 über L1 plus 1 über L2. Was das Schlussergebnis der Aufgabe ist. In anderen Worten, die Inverse der totalen Induktivität ist gleich der Summe der Inversen der einzelnen Induktivität. Mit dieser Aufgabe konnten wir nochmals die allgemeine Bedeutung der Kirchhoffschen Regel schätzen. Im gleichen Stil lässt sich auch jetzt eine Serie Schaltung von Spule betrachten. Man kann schon jetzt raten, dass die totale Induktivität bei einer Serieschaltung von Spulen gleich der Summe der einzelnen Induktivitäten sein wird. Viel Glück beim Probieren! Ich freue mich auf die nächste Videoübung mit Ihnen. Ich freue mich auf die nächste Videoübung mit Ihnen. Bis zum nächsten Mal! Ich freue mich auf die morgen. Vielen Dank.